Meine erste Schleie dieses Jahr. Sechster Aal. Ich werde bekloppt. Wir haben den einen Aal gerade versorgt. Er beißt schon wieder die nächste Rute. Das ist doch nicht mehr normal. Aal Nummer 7. Wir haben es halb zwölf. Geiles Ding. Petri. Herzlich willkommen bei Kaulwasch TV. Mein Name ist Gü und heute drehen wir die zweite Folge Nachtschicht und es soll wieder mal auf Adem Schleie gehen. Wir haben es jetzt mittlerweile Mitte Mai und heute ist der erste richtig geile Tag im Jahr. Ich gucke gerade mal aufs Thermometer. Wir haben 25 Grad und es ist gleich 19 Uhr. Also richtig krass. Es hat den ganzen Tag eigentlich geregnet und jetzt ist es trocken und es ist richtig spül draußen. Ich hoffe, dass die Aale und die Schleien heute richtig aktiv sind und wir echt ein paar ans Band bekommen werden. Mit dabei ist gleich mein Bruder und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich am Spot. Haut rein! Ja, wie ihr seht, ich bin am Kanal angekommen. Mein Bruder und Thomas, die sind auch auf dem Weg hierher. Und ich bin sehr gespannt, was hier geht. Wie gesagt, wir hatten heute fantastische Temperaturen und ja, ich hoffe natürlich, dass eine Schleie beißt. Ich zeige euch gleich mal meine Montage und dann geht's ab. Ja, meine Montage. Erstmal einen Posenstopper. Danach kommt dann ein Wirbel, an dem die Pose befestigt ist. habe ich hier frei laufend und der Wirbel ist eigentlich aus dem Grund wichtig, weil da kann ich nämlich die Pose schnell zum Beispiel mit dem Grundblei austauschen. Unterhalb der Pose habe ich ein größeres Blei, danach ein Wirbel, damit ich die Haken schneller tauschen kann. Und als Köder verwende ich einen Tauwurm. Und den habe ich diesmal nicht aufgezogen, wie ich es sonst mache, sondern habe ihn quasi einfach aufgestochen, dass er ein bisschen zappeln kann. Hier ist jetzt eine andere Variante. Wir haben jetzt hier ein 25 Gramm Blei dran, als Laufblei. Dann wieder ganz normal befestigt am Wirbel. Und den Tauwurm, den habe ich jetzt wieder komplett aufgezogen. Und das schmeißen wir jetzt rüber auf die andere Seite. Denn wir haben hier ein bisschen Strömung drauf. Denn die eine Pose, die ich gerade ausgeschmissen habe, die schwimmt mittlerweile hier bei uns wieder am Ufer. Meine Ruten habe ich jetzt alle ausgebracht. Jetzt hole ich noch meine restlichen Sachen aus dem Auto. Und dann wollen wir mal hoffen, dass gleich ein schöner Fisch beißen wird. Und dann Palm 되emsulaero żeir? Ganz normal an. Und wem preparen mir disp Col prochaine an. Ich verschwinde diese Einde und ganz einfachɾli. Und da ist es ja tactics. Wir müssen uns нашません und wirklich besser bladeen. Oder das Folks hier stellen.ama nuevo! Of 그리고 Matipo gibt es sowas auf der Ruten souhaiteesehen. Der ist ja fiance o aim X und reverber. IchBook bekämpag. Und das ist ja genau zu ihm. Und in Ihm anda 10 thunderstorm habt So, wir haben es jetzt kurz nach acht, wir sind mittlerweile vollzählig, da ist Thomas, da ist Keno, der packt gerade aus und hoffentlich wird das was. Bislang hatte ich noch keinen Biss, aber hoffentlich kommt das gleich noch. Was war das denn für eine Aktion? Oh, hängt was größeres dran, was? Da muss wohl in einer keschern. Was hat das denn überhaupt? Kleine Brasse! Willst du noch merken oder was? Nee. Jo, Petri. So, wir haben es jetzt mittlerweile Viertel nach zehn und erfahrungsgemäß beginnt jetzt so langsam die ganz heiße Phase und Keno hat auch gerade schon den ersten Biss gehabt, aber hat ihn leider nicht verwandeln können und das hoffen wir einfach mal, dass noch ein richtig schöner Biss kommt und vor allen Dingen, dass auch ein schöner Fisch dran hängt. Hier noch ein kleiner Tipp von mir, wie ich zum Beispiel auf Aal fische, ich wechsle eigentlich spätestens alle zwei Stunden mal die Würmer durch, weil ich glaube, dass die Fische eher Bock haben auf Würmer, die sich noch bewegen, also weil die natürlich unter Wasser dann auch Vibrationen aussenden und Bewegung und das spüren die Fische. Und das hat mir schon so manchen Fisch gebracht und ich hoffe, das klappt auch heute. Das könnte ein Aal sein. Es ist ein Aal, wenn überhaupt, da sehe ich einen Tauwurm, scheiße. Na ja, immerhin erster Aal, Pedri. Danke. Dann sagt ihr über vierte Gewitte. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, ist das hier ordentlich am Gewittern gewesen. Aber das Gewitter, das war schätzungsweise 15, 20 Kilometer weg. Zumindest hat das das Zählen ergeben. Kennt ihr vielleicht, wenn es blitzt, dann zählt man die Sekunden und dann sagt man, bis der Donner kommt, dass dann diese Sekunden quasi die Kilometer dann anzeigen. Also wir haben hier nicht mal Regentropfen abgekriegt. Das war ganz cool. Und ich habe ein paar coole Aufnahmen hingekriegt. Ja, mittlerweile haben wir es fast zwölf Uhr und es hat sich nicht wirklich viel getan an den Posen bzw. an den Montagen. Ich glaube, wir hatten seit 10 Uhr vielleicht drei, vier Zupfer und zwei Bisse. Ihr habt es vielleicht gesehen, eine Brasse hatte Keno gefangen, so eine ganz kleine. Und Thomas hat den ganz, ganz kleinen Aal. Der ist mittlerweile auch schon zu Hause, der gute Thomas. Ja, und wir machen jetzt noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, denke ich mal. Und dann soll es das auch gewesen sein. Schade eigentlich, weil die Umstände oder das Wetter ist einfach genial. Wir haben immer noch 20 Grad. Also total krass. Ja, moin, da bin ich schon wieder. Der zweite Teil, wir haben es direkt einen Tag später. Wir konnten gestern keine Abmoderation mehr machen, weil ich tatsächlich keinen Speicherplatz mehr frei hatte. Das war ziemlich doof. Naja, ich treffe mich heute mit Lothar wieder. Das ist der gute Mann, der... Wow! Ich schlage gleich ja hier. Das ist der gute Mann, mit dem ich das letzte Mal ein Aal-Video gedreht habe, was auch relativ erfolgreich war. Und vielleicht kommt mein Bruder auch heute noch mit dazu. Und wir gucken einfach mal, dass wir heute was fangen. Bis gleich. Das Wetter ist super angenehm. Ich glaube, wir haben gerade noch 16 Grad und es ist kaum Winter. Also eigentlich perfekte Bedingungen. Also eigentlich genauso wie gestern, wo wir so gut wie nichts gefangen haben. Aber heute fangen wir auch nicht was. Ich bin ein guter Dinger. 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 Das war er gerade, man kannte da. Da ist er! Lacken. Lacken. Ja, das ist ein kleiner Haar. Der kommt direkt ins Schild dahinter. Das Schwein. Ah! Meine erste Schleie dieses Jahr. Keine große, aber so 20 cm macht die wohl haben. Ha! Geil! Top! Der Arm fängt gut an. Jetzt geht es richtig los auf Aal. Ohja, jetzt zieht er wieder. Sehr gut! Schaut das denn so raus? Jawoll! Heil! Er vertüddelt sich gerade. Ein kleiner. Den kann ich auch schön abnehmen. Jo. Petri Heil! Jo, Petri Dank. Ich glaube wir kriegen jetzt Besuch. Ja, ich auch. Kano oder Hillow. Obwohl ich glaube er ist Kano. Scheiße. Nur am rumrennen hier. Ja. Lothar hat schon wieder Biss. Der ist gerade richtig abgezogen nach links. Ja, da hat ein Problem. Der hat richtig Zug gehabt. Das war keine Strömung. Und er ist richtig zügig nach links. Das gibt es auch nicht. Viel bist du heute ohne Ende. Ja. Ne, er macht noch mal. Ja. Gas. Ja, er hat was. Der ist vorbei, hast vorbei. Lötchen Aul. Der zweite des abends. Aber auch wieder so ein kleiner. Schade. Es wird wieder gerannt. Denn Lothar ist mal wieder im Drill. Kano Kescher. Ja, ich bin Ali. Aber... Aber... Aber das ist der größte des Tages auf jeden Fall. Der auch. Super, Petri. Ja. Das war nur so ein Kübelbiss. Nothing. Also das ist echt nicht normal. 10 Minuten später, Lothar hat schon wieder Biss. Also das ist echt unnormal. Wie krass das heute abgeht. Drei Aale gefangen. Zwei Aale verloren. Schleie gefangen. Unnormal. Und wir haben es noch nicht mal 11 Uhr. Und Bisse ohne Ende. Schade. Schade. Schade, schade. Also das ist wirklich ein sehr, sehr beklopter Aalabend. Also irgendwie immer wenn Lothar am Start ist, dann brennt die Hütte. Ihr habt es ja gesehen. Gestern waren wir in so einem breiteren Kanal, der relativ tief war. Und hatten so gut wie überhaupt keine Bisse. Und jetzt haben wir es irgendwie 11 Uhr oder so. Und wir hatten locker schon 10, 12 Bisse. Das ist ja nicht mehr normal. Und wie gesagt, drei Aale. Eine Schleie. Und zwei Aale verloren, die im Drill waren. Einen habt ihr ja noch von mir gesehen, der da im Schilf da hing. Also außer Kontrolle. Und es piept schon wieder. War nur ein kurzer Piepser. Macht auch gerade nichts. Ihr habt es gehört, schon wieder ein Piepser. Oh. Satter. Ein bisschen. Die werden immer ein bisschen größer. Ja, der ist schon besser. Ja. Vierter Aal, 11 Uhr. Geiler Abend. Leucht. Ich werde bekloppt. Wir haben den einen Aal gerade versorgt, beißt schon wieder die nächste Route. Das ist doch nicht mehr normal. Und immer nur Rotas Angelruten. Das ist doch nicht normal. Wie, top Abend. Was sagst du denn dazu, Keno? Läuft wie geschnitten Brot. Würde ich auch sagen. Oh, da hängt wieder was. Keno? Kannst du mal einen Kescher? Der sieht dicker aus. Oder der hängt irgendwo drin. Alter, der macht Remmidemmi. Alter, was ein Aal. Ja, endlich ein dicker. Endlich ein vernünftiger Aal. Sauber. Endlich mal ein guter Aal. Warte, ich mach mal. Ich mach jetzt mal einmal hier so Licht an. Das ist mal ein richtig schöner Aal. Das ist mal ein klasse Aal. Da geht es wohl an die 70 ran. Geiles Ding. Petri. Lothar hat nur noch eine einzige Angel im Wasser. Und was macht die Angel? Sie beißt. Das ist doch nicht normal. Wie viele Aale haben wir jetzt? Vier oder fünf? Fünf. 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 Und ratet mal, wie viel Aale Gü hat. Null. Das sind so. Nicht abw normale. K ach wie viel Aale. Was gibt's da. Also wir haben jetzt wohl gerade das richtig krasse Beißfenster erwischt. Wir haben uns jetzt mit aber der Viertel nach elf. Und ja, fünf Aale jetzt. Fünf Aale und eine Schleie. Und wieder ein paar Fehlbisse gehabt. Und jetzt zeige ich euch gleich mal den absoluten Geheimköder hier. Das ist der Topköder heute. Das sind Mistwürmer aus Lothars Garten. Und die bringen heute den Fisch hoch. Ja, top. Verdammt, ich bin ein dummer Junge. Schöner Aal. Nein, das gibt es nicht. Scheiße. Es nimmt kein Ende. Mach ruhig. Ich habe keinen Kescher mit. Du musst einen Hohn. Ja. An meinem Auto. Ich sehe nichts. Ja, ich habe ihn. Okay, so ein vernünftiger Aal. Nicht so groß wie der erste. Warten, der Rest schon wieder. Sechster Aal. Ja, ist das. Da kannst du ja keinem erzählen. Das ist ein guter Aal. Ja, ist bekloppt. Das ist ein fein Aal. Ja. Wir haben wieder einen Biss. Und ratet mal, wer den Biss hat. Und es hängt wieder ein Fisch dran. Und es ist... Ja, schau, oder was? Nein, das ist so gut. Aal Nummer 7. Wir haben es halb zwölf. Halb zwölf, sieben Aale. Krank. Ich hatte gerade Biss auf einer von meinen Routen. Will die kontrollieren. Beiß die andere Rute von mir. Und dann komm mal her, Keno. Keno, komm mal her. Keno. Der möchte euch eben was zeigen. Ja, aber der ist Mini. Das ist ein Taubung. Ja, der hängt zumindest an meiner Angel. Ja, den schmeißt man schnell wieder rein. Oh, der beiß wieder. Oh, ich werde bekloppt. Habt ihr den Pieper gehört? Habt ihr den Pieper gehört? Es beißt immer noch. Oh, ist das bescheuert. Also ihr seht heute auf jeden Fall mal das Beispiel, wie man gut Aal angelt. Und wie man ganz beschissen Aal angelt. Denn während Lothar sieben Aale gefangen hat und zig Bisse auch hatte, habe ich nicht so viele Bisse gehabt. Und ein Aal komplett verkackt. Und mehrere Bisse verkackt. Also, jetzt habe ich eine Mücke im Ohr. Also richtig schlecht für mich bislang. Aber Lothar fängt. Und das macht mir dann auch Spaß. Jetzt haben wir mal hier ein dicker Gelbrandkäfer. Mal angucken, wie dick der Jogi ist. Was ein dicker Käfer. Alter Schwede. Ja, da würde ich mal sagen, das war ein richtig krasser Abend, oder nicht? Zwei Stunden ohne Ende Bisse. Wir waren nur am Rumrennen. Was hatten wir jetzt am Ende? Acht Aale und eine Schleie. Ja. Und du hattest ein paar Küffis. Und ein paar Paar ohne. Ja, obwohl wir jetzt die letzte Stunde überhaupt keinen oder nur einen Biss, glaube ich, hatten. Ja, ganz wenig nur. Ja, und von Weißhase war von halb 10 bis halb 12. Und jetzt haben wir es halb 1. So, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein. Montes. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, wir sehen uns im nächsten Video.